Querdenken 7171 Hi, mein Name ist Chris von Querdenken 711. Ich kümmere mich darum, dass die Demonstrationen friedlich und sicher ablaufen. Hi, mein Name ist Tanja von Querdenken 7171. Ich kümmere mich um die Schnittstelle von Aufzug zur Demo. Seit über einem Jahr arbeiten wir ehrenamtlich für eure und unsere Freiheit. Doch das ist nicht genug. Deswegen sind wir auf eure Schenkungen angewiesen. Wir sehen uns in Berlin. Hallo, ich bin Peter von Querdenken Stuttgart 711. Ich bin zuständig für die Programmgestaltung auf der Bühne in Berlin am 1.8. Wir alle arbeiten voller Begeisterung, aber ehrenamtlich. Und alle Dinge kosten natürlich Geld, wie im richtigen Leben. Und deswegen freuen wir uns über deine finanzielle Unterstützung. Wo bist du am 1.8? Hi, ich bin Bianca. Ich bin für das Controlling zuständig und habe die Zahlen besonders gut im Blick. Wir möchten die Demonstration zu unserer aller Sicherheit durchführen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Ich werde in Berlin sein. Und wo bist du? Hallo, mein Name ist Chris. Ich bin Initiativenverantwortlicher für Querdenken 615 in Darmstadt. Und ich bin zuständig auch für das Marketing für Berlin. 1.8.2021, Straße des 17. Juni in Berlin. Und ich brenne für den Sommer der Freiheit. Und ich hoffe, dass ihr uns alle unterstützt, indem ihr nach Berlin kommt. Wir sind in Berlin. Und wo seid ihr? Fragezeichen. Ich weiß es, ihr wollt alle nach Berlin. Diejenigen von euch, die nicht nach Berlin kommen können, aber uns trotzdem unterstützen möchten, die bitten wir um eine freiwillige Schenkung. Virales Marketing, egal ob es off oder online stattfindet, kostet halt auch Geld. Und dafür bitten wir ganz herzlich um eure Unterstützung. Seid großzügig, jeder der kann, jeder wie er kann. Ich drücke euch und bis bald in Berlin. Hallöchen, mein Name ist Gise Israel und ich bin Initiativenverantwortliche für Querdenken 721 in Karlsruhe. Ich war letztes Jahr am 1.8. als Mensch in Berlin. Was soll ich sagen? Wahnsinn, ein magischer Moment, den ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Und das Wichtigste für mich war, ich war nicht allein und wir waren so viel mehr. Dieses Jahr werde ich auch am 1.8. in Berlin sein. Allerdings habe ich dieses Jahr eine ganz besondere Aufgabe. Ich bin nämlich ein Teil von zwölf Teams, die auf Hochtouren und der Vorbereitungen für Berlin laufen. Mein Aufgabengebiet ist die Finanzierung und das Foundraising. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze kostet ganz viel Kraft, Zeit und leider auch Geld. Deswegen sind wir auf deine, deine und deine Hilfe angewiesen. Wenn du eine Schenkung machen möchtest, kannst du das gerne tun, ganz egal wie hoch der Beitrag ist. Jeder Cent zählt in dem Fall. Also ich bin am 1.8. in Berlin. Und wo bist du? Wir sind im Neukost in Berlin. Und wo bist du? Wir sind im Neukost in Berlin. Und 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 wir sind im Neukost. 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 Und wir sind im Neuk